yo und somit herzlich willkommen zurück auf der insel wir sind nicht auf der party insel ibiza wir sind auf der insel der manor und wir haben hier unser vor vor letztes rennen richtig gesagt glaubt schon bevor wir die tourist trophy angehen und ja wir haben eigentlich ein relativ kürzes rennen hier so ein abschnitt rennen und geht aber ziemlich schnell so wir haben mal wieder ein intervall start und wie gesagt ein relativ kürzes rennen schauen gleich mal wir haben ja ok 10,6 kilometer aber mit den bikes geht es ja ich relativ schnell oder sieht es jetzt auf der karte wirklich so wenig aus aber eigentlich im grunde genommen ist es halt so also wir haben echt nicht viel zu fahren also manchmal so andere strecken vergleicht aber nur gut wir schauen mal sind hier oben im grünen ich finde ich hier oben also hier in der gegend eigentlich relativ angenehm zu fahren da gibt es so andere passagen oder orte da ist ein bisschen schwieriger zu fahren hier finde ich es eigentlich ganz angenehm gleich mache ich einen unfall aber wir hoffen das nicht aber wir müssen auch wieder ein bisschen aufpassen wir haben ja dieses intervall ding müssen wir ein bisschen auf die platzierung achten weil uns wird ja nicht unbedingt einer sichtlich überholen sondern eher nur auf der tabelle bälle oder bei der zeit da schauen wir daneben mal oh das war auch das wird glaube ich strafe geben oder auch nicht das ist der einzige also hier in diesem gebiet das ist die einzigste kurve die hier kacke findet ansonsten geht es eigentlich jetzt warten wir noch so ein bisschen so ein paar sekunden bis zur kurve unten Seite Nein ui alter habe ich spät gebremst ich habe hier so ein bisschen auf die platzierung geachtet und komischerweise ich war kein einziges mal zweiter wieso wieso eigentlich ganz seltsam hey wow was war das hey So ein ganz kleiner Sprung. Hier einmal schön rein. Eieieiei. Das ist trotzdem ein bisschen seltsam, dass wir hier wirklich noch ärger sind. Was vom Ziel? Wir holen uns alle. Ich gucke gerade wieder so ein bisschen. Ich gucke zu viel. Alter, ich komme hier nicht mal von dem Bordstein weg, Alter. Der zieht mich magisch an. Ich wollte schon sagen, wo ich da rechts auf dem Bordstein war, jetzt eben, glaube ich, schon dreimal, aber beim ersten Mal habe ich gedacht, manchmal kriegt man so ganz komische Zeitstrafen. Gerade auch so, wenn man so auf den Bordstein fährt. Und vorher habe ich ja doch ein bisschen innen abgekürzt, aus Versehen. Da gab es keine Strafe. Deshalb habe ich gesagt, ich warte und gucke gerade. Aber es gab immer noch keine Strafe. Oh, hier schon wieder fahren, hey. Weiter bogen. Nicht so viel Gas geben. Weil dann bleibe ich immer so links an diesem dummen Dingmauer-Teil da hängen, Alter. Ich habe immer Schiss, dass ich so weit rauskomme oder außen und dann bleibe ich innen hängen, hey. Weil ich ein bisschen zu früh einlenke. Aber theoretisch bin ich immer noch P1. Wir schauen mal. Und bam! Bin ich P9. Hä? Und habe 17 Sekunden Rückstand. Wollt ihr mich verarschen? Vor allem die sind alle auf maximal 20 kmh schneller gefahren. Wo sind die so schnell gefahren, Alter? Ich meine, in der Highspeed-Passage. Ja, wobei ja doch, da die eine Kurve, da wo es mich rauskann hat, da runter. Klar, da bin ich dann bei 0 wieder gestartet. Da haben die wohl die 330, 340 hinbekommen. Aber wieso so krass? Es kann auch gar nicht sein. Ich habe die Ziellinie als Erste überquert. Und im Intervall heißt es, ich glaube, alle 10 Sekunden. Wenn man jetzt auf die Zeiten schaut, müsste ich als Sechster ins Ziel kommen. Weil der Stefano Bonetti auf Platz 5 hätte eigentlich vor mir ins Ziel sein müssen. Das verstehe ich echt nicht. Dass es da immer so komisch anzeigt und dann Überraschung, Überraschung am Ende vom Rennen. Ei, ei, ei. Ja, dadurch, dass das Erste Rennen so schnell ging, gehen wir noch in das letzte Rennen, was nicht mit der Tourist Trophy zu tun hat. Oder beziehungsweise nach dem Rennen kommt es Qualifying. Wir schauen mal kurz auf die Karte. Hier, relativ klein. Wir fahren aber zwei Runden diesmal. Aber ich denke, es wird trotzdem einigermaßen schnell vonstatten gehen. Fast hier noch aus dem Start verpennt. Bisschen früh gebremst. Ich denke mir ja manchmal immer so, dass ich zu spät bremst. Aber geht eigentlich ganz gut. Ich glaube, jeder ist gut durch die Kurve durchgekommen. So, einmal hier entlang und dann fangen wir einmal hier hoch. Sieht ganz gut aus. Uh, das war ein bisschen eng hier. Okidoki. Müssen wir sind aufpassen. Keine Ahnung, wie lange geht eine Runde? Ich würde mal so fünf Minuten sagen, so in die Richtung. Alter, wie lange ich auf der Prü... Was? Ok, wir bleiben auf dem Bike. Alter, ich weiß, jedes Mal, wenn ich so in die Kurve reinfahre, hau es mich irgendwie hin oder ich bleibe irgendwo hängen. Aber dass ich gerade auf dem Bike geblieben bin, hä? Ok. Sehr seltsam, dass das keinen Sturz gab. Ei, 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 ei. Ich bin ja fast noch gegen die Laterne gefahren oder im Busch hängen geblieben oder beides. Keine Ahnung. An den Busch ran, in die Laterne. Ei, 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 ei. Jetzt bin ich so blöd gefahren, habe aber noch voll den Vorsprung, ey. Ok. Das Intervallrennen habe ich mit, keine Ahnung, 15, 16 Sekunden Rückstand. Wäre eigentlich verloren, aber was war ich? Neunter dann, ich glaube. Also manchmal ist es echt sehr schwankend. Ich habe nichts eingestellt, oder was heißt eingestellt? Ich habe nichts an der Schwierigkeit geändert. Und jetzt fahre ich den hier gerade so ein bisschen davon. Der ist ab sehr seltsam. Was ist denn hier gerade los? Ich fahre ja noch nicht mal so mega krass gut. Ich fahre den aber irgendwie so ein bisschen davon. Okay. Da fliegt das Bike und da flitzen sie vorbei. So, P4. Jetzt haben wir ein bisschen was zu tun. Können wir mal ein bisschen zeigen, was wir können. Nicht nur hier fahren, alleine rumfahren. Ach komm, ich mache es noch mal ein bisschen spannender. Okay. Alter. Okay. Wow. Es hat mich noch mal ein überholt. Die anderen, die haben es hier gerade eben nicht so geschafft. Einer ist wohl ganz am Anfang noch vorbei. Ich glaube, er war ja P4 nach dem ersten Sturz. Jetzt muss ich aber halt auch noch ein bisschen was aufholen. Jetzt fühlt es sich aber auch gerade fast schon wieder an, als würde ich alleine fahren. wenn ich hier noch keinen vor mir sehe. Ah doch, da vorne gerade. Okay, hier vorne engen Kurve. So, jetzt haben wir hier ein paar Kurven. Ich wollte gerade gucken, wir sind ein bisschen mehr als die Hälfte vom Rennen vorbei. Okay, ich dachte schon, der lasst mir keinen Platz. Wer auch so weit nach außen gegangen ist. Irgendwie komme ich mega schnell ran an die Leute. Guck mal, die beschleunigen hier ganz komisch raus. Irgendwie komme ich mega schnell ran. Andererseits denke ich mir dabei so, hä, wie konnte ich dann so einen krassen Rückstand in dem Intervallrennen haben? Das verstehe ich nicht. Weil ich jetzt wieder so krass hinkomme. Guck mal, ich hatte hier zwei Stutze und ich bin so schnell wieder fast P1. Findest du ja noch nicht. habe ja noch ein bisschen was zu tun dafür. Aber wir haben schon mal sehr gut aufgeholt. Ich habe gerade das Gefühl, dass die mega Kacke aus der Kurve heraus beschleunigen, oder? Guck mal, wie ich hier gerade wieder angeschossen kam. Sehr seltsam. Wow! Okay, 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 okay. Okay, jetzt habe ich selber Kacke raus beschleunigt. Die Kurve auch ganz kass. Wo habe ich jetzt eine Zeitstrafe bekommen? Habe ich die schon länger? Die Zeitstrafe, oder kam die gerade eben? Kann das sein, die habe ich bekommen, wo ich da auf dem Gehweg war, wo ich diese Lampe fast noch umgefahren habe und fast in den Busch rein bin? Aber da habe ich die ja schon so fast von Anfang an. Oh, da hat es einen hingelegt, was kann der eigentlich? Sagt er nach seinem dritten Sturz. Und wieder P4. Die Vier, die irgendwie keine Ahnung, die verfolgt mich hier. Bordstein. Aber guck mal, wie krass ich hier wieder aufhole. Alter, wie langsam der ist. Wieso sind die so teilweise so langsam ein bisschen spät? Nee, geht noch, geht noch, geht noch. Bisschen spät gebremst, dachte ich. Die sind teilweise so mega langsam und das irritiert mich halt wegen dem Intervall, wo sie dann doch irgendwie so schnell waren. So, hier habe ich jetzt leider nicht so gut rausbeschleinigt. aber wir haben ja noch eine zweite Runde. Wieso geht der hier vom Gas? Wieso stehe ich so langsam? Hab ich so spät gebremst? Oh, ich nehme ihn mit. Hab ich ihn mitgenommen? Ich glaube schon. Ups. Alter, bleiben die jetzt dahin. Ich muss nicht auf die so viel zurückschauen. Alter, sind da gerade zwei Leute an der Lampe hängen geblieben? Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Ja, es war jetzt ein bisschen unfair, hier P1 hier mit ins Verderben zu nehmen, aber ein bisschen Spaß darf man doch mal haben, oder? Ich meine, wenn man jetzt hier eine schöne Runde fährt, dann wäre ich da locker, hätte ich ihn locker noch reingeholt. Dann war das jetzt ja auch jetzt nicht so unfair. Aber wie die anderen da noch hängen geblieben sind, da lagen ja, glaube ich, zwei sogar, oder einer lag, glaube ich, und der zweite ist gerade in dem Moment, wo ich nach hinten geschaut habe, ist er gegen die Laterne gefahren. Und an der Laterne lag er noch ein Bike. Wenn ich so, wenn ich jetzt halt fünf bis zehn Sekunden Vorsprung habe, dann wäre das auch egal gewesen, ob ich jetzt hier P1 abgeräumt habe oder nicht. Weil ich ihn dann wohl eh eingeholt hätte. Vor allem auch noch da an der Ecke. Also da fährt man ja auch dann aus der Kurve raus relativ langsam, also verliert man auch nicht so viel an Zeit. Wenn es mich jetzt hier hinhaut, hier mit 300 und ich dann natürlich hier bei 0 kmh wieder anfangen loszufahren, da verliert man halt natürlich mega Zeit. Aber hier an so einer 90 Grad Kurve verliert man nicht viel. Vielleicht dann so 5 Sekunden. Nur geraden wäre es dann natürlich ein bisschen schlimmer. Ich bin schon wieder mega weit weg, Leute. Ui. Aufpassen. jetzt kommen hier wieder so ein bisschen kurvige Passagen. Was haben wir? 8,8 Sekunden. Okay, schon übel. Also rein theoretisch wäre ich wohl auch ohne diesen Crash vorne. Also ohne den Crash des Gegners, dass ich den vom Bike Kaum so rum natürlich gemeint. Aber wir haben ja schon die halbe Runde durch. Zeitstrafen gab es auch keine mehr. Auch ganz gut. Die war es ja nicht so schön gefahren. Dreimal nachkorrigiert beziehungsweise zweimal. mal. So, mich würde es jetzt mal interessieren, wie weit die weg sind. Also klar, wir haben vorher die Zeit gesehen, aber so rein so sichtlich. Schon immer ganz cool, wenn man sie auf den Minimap sieht, aber dafür sind sie halt ein bisschen zu langsam komischerweise. Ich weiß es nicht, wieso sind die so langsam? Soll ich dann noch irgendwie hier mega Herausforderung machen im letzten Rennen? 100%? Ich denke mal bei den Superbikes fahren wir wohl auch vier Runden, oder? Da haben wir dann so viele Möglichkeiten da wieder aufzuholen, also da könnten wir vielleicht schon auf 100% fahren. Ich bin ja auch mal kurzzeitig 100% gefahren, hab ja auch Rennen gewonnen, also dann teilweise halt wieder nicht, also irgendwie schwankt das halt auch so ein bisschen. Aber ich denke halt bei dem Riesenrennen, weiß ich nicht. da hast ich mich doch vorher auch schon hingelegt. Alter, direkt hier liegen und stehen geblieben, also stehen geblieben im Sinne von dass das Bike nicht weiter irgendwo gefahren, geflogen ist, wie auch immer. Okay, da wollte ich ein bisschen später auf die Bremse gehen, hat dann nicht ganz gereicht. Und komm mal hinten, kommen sie immer noch nicht, ey. Jetzt habe ich wieder zwei Stutze drin. Digga, bin ich jetzt dumm. Ah, da kommen sie so lang. Ich muss aufpassen auf meine Zeitstrafe, gell. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Gas geben. Am Schluss ist ja so eine halbe Sekunde hinter mir und ich habe noch meine Strafe im Petto. Jetzt aber Gas geben. Ja, das klappt schon noch weit genug weg. Ich darf es jetzt halt nicht nochmal hinlegen. Das wäre halt nicht so gut. Vor allem da, wo die sich hingelegt haben, alle, das war erste Kurve, da kommen wir nicht mehr vorbei, weil wir sind in der letzten Runde. Somit kommen wir da ganz knapp nicht mehr vorbei. Man kann sie vielleicht da vorne sehen nachher, obwohl ich glaube nicht so ganz bei der Ziellinie. Aber ich glaube weit genug weg hier. Am Ende wieder zehn Sekunden Abstand. Als ob das zehn Sekunden waren, also drei, vier, vielleicht fünf Sekunden, aber zehn. Schon viel, Leute, wirklich viel. Aber na gut, ich würde mal sagen, ich bedanke mich fürs Einschalten, wir sehen uns beim nächsten und somit dann noch letzten Part. Hoffentlich wieder, bis dahin wieder schauen und reingehauen.